Kommst du so hoch? Nö, ne? Ja komm! Du Feigling! So, da sind wir! Moinsen! Ja, was ist denn meine Aufgabe? Genau. Das Horn. Was haben wir denn hier noch? Höchste Not, das Horn, Drachenblut. Ach ja, den Toral, genau, stimmt. Den Toral. So, das ist dann da. Mordtal. Machen wir einen Zwischenstopp in Mordtal. Weil wir mal gucken wollen. Ja genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Die Taschen sind voll. Also Moorheim. Gut. Da liegt der Drache. Würde ich ja gerne mitnehmen, aber nee, geht nicht. Tut mir leid. Äh, hier hatte ich alles. Ich glaube, dass ich alles hatte. Den Schrei hatte ich. Wo war die Kiste? Da. Falls euch mein gekipptes Fenster stören sollte. Das nehmen wir mit. Ähm. Dann kann ich das noch schließen. Aber ich würde es liebend gerne noch offen haben. Weil. Bei den Temperaturen wäre nett, wenn ihr mir das zugestehen würdet. Ja. Ja, hier ist die Luft eisig und bei mir ist die Luft heiß. Geil. Renn. Los. Äh. Richtige Richtung. Nicht ganz, ne? Ui. Na gut. Tut mir leid, aber wenn ich dich grille, kriege ich was. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ach ja, speichern. Wo ist? Wett bist du denn? Jetzt sag nicht, da ist ein Eistroll, oh nein, Eistroll, muss ich hier tatsächlich durch? Ach du Schande, ja, will ich ja eigentlich nicht. Warte mal, was für Pfeile habe ich, uh, ja, ja, mir ist kalt, Stahlpfeile, 11, Nordpfeile, Schaden. Nehmen wir das so. Speichern wir mal einmal. Genau. Und dann gucken wir mal. Och Gott, oh Gott, ihm ist kalt, oh nein, ihm ist richtig kalt. Äh. Ei, 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 ei. Labyrinthion. Hä? Nein, 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 nein. Renn. Renn schneller. Ohohohohohoho. Uah. Ja, Stufenaufstieg. Ich weiß. Hihi. Kommst du so hoch? Nö, ne? Ohohohohohoho. Ohohohohoho. Ja, komm. Feiglegen. Habe ich nix. Was? Wärme? Nein, halt. So. Äh, Fellrüstung. Wärme 27. Wärme 27 Ja, na gut, vielleicht so. Ja, ist super. Huch! Ja, nee. War klar. Hilfe! Hilfe! Komm schon, komm hier rauf. Au! Mann! Blödes Vieh. Wie mache ich das? Halt, erst die andere Rüstung. Bekleidung, Fellrüstung. Mal so, vielleicht. Solange hat er mich nicht entdeckt. Äh. So. Das hätten wir schon. Äh, äh. Ne. Das kriegen wir nicht hin. Dann töte mich. Oh, mein, oh. Ist doch echt gemein. Dann nicht hier rum. Dann geht das hier nicht rum. Gut. Dann einmal hier rum. Blöder Eistroll. Kriege ich aber sofort einen auf der Mappe. Grausam. Huioiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui so machen wir was hast du auf damit ein blöder wolfmann wolfspelz safe den zauern wir mal tja guten morgen hier ist ja schon wieder irgendein grab ach man mensch und ich habe gespeichert na ja das viech hat mich schon gesehen dann so ja ja nicht ich kein guter tag dann gehen wir mal außen rum die autos hört man aber gut ich hoffe das kommt jetzt nicht zu laut rüber mit ihren autos aber das ist mir echt momentan eine spur zu warm ich kann eine andere rüstung ach die habe ich schon magica ist natürlich noch besser vielleicht mal schleichen und einmal speichern was ist das staubmanns grab ok da wollen wir aber nicht rein ich kann nichts mehr tragen das ist etwas blöder aber mir wird warm gut da können wir speichern haben wir uns aufgeheilt karte das ist da dann geradeaus und rechts über die berge ok ouch was ist da was ist da skeleton ooooh geht kaputt ihr doofen skelette alter nordkriegshammer aber feile haben die mit sicherheit der hier nicht ja tollkirsche eine tollkirsche knochenmehl und pfeiler der elch ruft gewichtswein ne ich kann nichts mehr nehmen ey schatt das ist doch nicht normal wie kann man denn nichts mehr schleppen können ey die tasche voll allmöglichen Müll ach hier und seelenstein gut ja 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 und was ist du ah au renn würdest du rennen bitte danke danke bitte nix da das darf ja ok mal kurz speichern ha eisenhelm der veränderung ich kann aber nichts mehr schleppen außer mondfalter sch disco gehts hier irgendwo rauf hör gone Beandy Huuu nö nö so wirklich nö nö kubb die masa aua so lauf ich in der richtige naja ich müsste hier um den berg um hopps 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 ihr könnt mir mal sagen oder mal im chat schreiben wie ihr skyrim durchgespielt habt ich habe doch einen drachen gehört siehe an da fliegt er ich kann doch nichts mehr schleppen drehlers hütte jetzt schon wieder ein drachen ich müsste aber in die richtung ich kann mich nicht mit denen abgeben es geht nicht ich bin eindeutig zu schwer beladen als dass ich das machen könnte aber das merken wir uns mal dass dann drache ist war schon wieder ein säbelzahn abone ol wie